Bundesregierung will bis zu 1090 Milliarden für Euro-Rettung zahlen. Deutsche Haftungsgrenze soll deutlich erhöht werden. Berlin. Während die deutsche Regierung vor ein paar Monaten dem Volk noch einreden wollte, dass uns die Euro-Rettung eigentlich gar nichts kosten wird, steigen nun die Summen, die Deutschland tatsächlich zahlen soll, rasant an. Offenbar ist die Kanzlerin bereit, den Garantierahmen deutlich zu erhöhen. Bisher galten 211 Milliarden Euro als Obergrenze der deutschen Zahlung. Doch diese werden keinesfalls reichen. Die Süddeutsche Zeitung berichtete, dass der deutsche Haftungsrahmen auf mindestens 280 Milliarden Euro steigen wird. In jedem Fall liegt die Summe über den 211 Milliarden Euro, die als bisherige Obergrenze erklärt wurde. Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU hatte in der vergangenen Woche davon gesprochen, den ESM und den EFSF sinnvoll zu kombinieren. Die Bundesregierung ist demnach inzwischen bereit, vorübergehend einen größeren Haftungsrahmen in Kauf zu nehmen. Die derzeit wahrscheinlichste Variante ist nach Angaben aus Regierungskreisen eine zeitweise Kombination der beiden Euro-Rettungsschirme EFSF und ESM, wodurch der deutsche Haftungsanteil von derzeit 211 Milliarden Euro auf rund 290 Milliarden Euro steigen könnte. In der kommenden Woche sollen sich CDU, CSU und FDP endgültig auf das weitere Vorgehen bei den Euro-Rettungsschirmen EFSF und dessen Nachfolger ESM einigen. Die von der Süddeutschen Zeitung genannten 280 Milliarden Euro ergeben sich durch ein Rechenexempel. Aus dem 440 Milliarden Euro umfassenden vorläufigen Rettungsfonds EFSF sind 190 Milliarden Euro für Portugal, Irland und Griechenland verplant. Diese Summe soll bestehen bleiben und nicht in den künftigen Rettungsschirm ESM einfließen. Von den bisherigen deutschen Bürgerschaftsverpflichtungen in Höhe von 211 Milliarden Euro blieben nach diesem Modell gut 90 Milliarden Euro übrig. Hinzu kämen 168 Milliarden Euro an neue Garantien für den ESM sowie der deutsche Anteil am ESM-Kapital von 22 Milliarden Euro. In der Summe ergebe sich für Deutschland ein Gesamtbürgschaftsrahmen von etwa 280 Milliarden Euro. Die deutschen Euro-Rettungszahlungen treiben wiederum die eigenen Staatsverschuldungen enorm in die Höhe. Aufgrund dieser Zahlung müsste der Haushaltsplan für das laufende Jahr geändert werden. Deutschland muss 2012 nun 35 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen, um seinen internationalen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Dadurch steigen auch die Zinszahlungen, die Deutschland jährlich für seine hohe Staatsverschuldung aufbringen muss. Diese Zinszahlungen liegen jetzt schon bei über 40 Milliarden Euro pro Jahr. Die deutsche Regierung schmeißt die Milliarden nur so um sich und das Volk darf die Zeche zahlen. Dabei wurde das Volk wie üblich gar nicht gefragt, ob es für diese Zahlungen bereit ist. Eine Volksabstimmung über die Euro-Rettung fand ebenso wenig statt wie 1 zu Euro-Einführung. Die Regierung weiß schon ganz genau, warum sie gegen Volksabstimmung auf Bundesebene ist. Damit das Volk der Regierung kein Strich durch die Rechnung machen kann.